Das war heute mal ein bisschen boxen können hier. Wann macht er denn die ersten Fights? Wenn du willst, du kannst Wette setzen. Nee, ich bin beleidig. Ich habe kein Geld mehr. Wenn du die Couch bezahlen musst, dann nicht mehr. Die zahle ich doch nicht. Was? Keine Geld, kommst du raus. Warte mal, lass ich nochmal zählen hier. Nee, nix mehr da. Bissen wir noch nicht ganz genau, aber wenn, dann kommen wir zu euch und sagen es euch. Sag hallo, hallo. Okay, alles klar. Oder wir rufen euch an. Passt. Ich muss da mal am Router gucken. Ich glaube, das fehlen zwei Stunden. Danke für den Einblick hier. War nämlich gestern auch so um die Uhrzeit. Und wenn du die Couch hast, jederzeit klingelst du durch. Ja. Alles klar. Gut, dann danke ich euch. Bis dann. Ciao. Perfekt. Haut rein. Oh, bitte schön wieder. Ey, Leo, wo krieg ich denn so eine Couch her? Scheiße. Bei dem Kiez-Hotel sind noch welche auf dem Dach. Können wir die nehmen? Na klar. Ciao, ciao. Ja, nimm die nur vom Dach. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao. Wir am Pool bleiben da, weil am Pool brauchst du halt Sitzmöglichkeiten. Two weeks, danke schön für die Wüste. Noch nie so schnell 25.000 verdient. Kommst du, ich mach dir Couch. Wer vertraut auf mich? Da bin ich mal gespannt, wie ihr die Couch dahin schleppt. Kein Problem. Hast du LKW für uns? Mhm. Gönn mal bitte. Kommst du kein Problem, wir nehmen Opel. Oben drauf gebunden. Sagt mal, die Wette ist jetzt am Arsch. Die Wette ist jetzt im Disconnect, ne? Tika, lass aber Tika, lass es echt so mit Wette machen, ne? Jo. Hoffst du, ich mach dir Wette? Wisst ihr auch, wie das Wettensystem funktioniert? Ja, sag mal, bist du... Ja, ich bin in der Wettemuff, ja. Das ist kein Problem. Da müssen wir uns nachher nochmal hinsetzen. Wir gucken uns tutorial, ja. Ja, ja. Da machen wir uns dann richtig cool. Richtig cool. Wo man so eintragen kann und so. Ist die Wette noch da, Oma? Damals so eine Serie geguckt, die haben Pferdewetten gemacht. Okay. Aber die haben das an der Tafel mit Kreide gemacht. Vielen Dankeschön für Luis am Elfen. Buchmacher hießen die. Du bist selber ein Buchmacher. Du bist ein Buchmacher. Du lest keine Bücher. Nein, die heißen nur so. Du bist ein Schuhmacher. Weil du fährst nämlich ganz schnell mal mit den Schienen runter. Sag mal. Was? Der kann mit wem Quatsch da eigentlich. Genau, durch mich mal rum. Haben wir ein Problem hier. Lass mal testen, wie viele Leute auf die Couch passen. Alle. Locker 60. Alleine raus. Aha, ich komme in die Mitte. Bei unserem ganzen Gekuschel müssen wir das testen, ne? Wo ist Wobbel? Ob die eigentlich dir Platz haben müssen. Oh Gott. Nein, das gefällt mir hier. Das zählt nicht. Jan, geh mal runter von der Couch hier. Ruhe. Max, was machst du hier? Ich setze mich mit, hä? Komm mal auf den... Ah, okay. Ich war ein bisschen jung. Oh, kein Aff. Uh, TK. Du kommst auch nicht nur wegen Parfum. Ja. Dein Parfum riecht gut, Baby. Ähm, Saui. Saui. Ich möchte gern was sagen. Ich möchte dir bitte was mitteilen. Frauen sind wie Handgranaten. Ziehst du den Ring, ist das Haus weg. Nee. Gar nicht. Boah, recht. Gar nicht, recht. Ja, sie hat schon die Erfahrung gemacht. Das ging aber schnell. Och, Mensch. Bitte. Warum hast du mein Herz gebrochen? Jetzt ist es zerstört und es schmerzt beim Kochen. Warum hast du mein Herz gebrochen? Tell me, baby girl. Spaß beiseite. Ich bin so viel gemütter. Wie bitte? Boah, das Leben wäre echt schön, wenn wir jetzt noch Freunde hätten, ne? Jo, ist halt wirklich so. Jetzt haben wir so ein großes Ding, aber keine Freunde. Ja, jetzt sitzen wir trotzdem alleine hier. Aber ist doch schön, jetzt ist kein Kreis mehr. Linie. Wir bräuchten noch so eine Kreide-Linie, dann könnte uns Johnny immer rufen. Angetreten an der Linie. Doch, da haben wir eine Linie dort vorne. Also, Dungro kümmert sich um das eine. Wer kümmert sich um die Bar? Boah, ich mach den Bar-Kipp. Nee, ich bin Wett-Mafia. Das eine. Machst du nicht das eine? Das eine. Ach so. Schon gesehen? Ja, ach so. Ja, 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 ja. Ich mag gerne einen Jogakurs davon anbieten. Also, die Bar... Was hat die alte Oma gesagt? Alte Oma Leo, was hast du gesagt? Ich will einen Jogakurs machen. Ja, wir haben doch hinten Jogamatten. Ja, darum sag ich das doch. Boah, das ist so schlecht. Ach, Giffi ist auch noch da. Ich dachte, der wäre schon per mal nichts los. Der Giffi hat nie was zu tun. Die Bar gehört Finn meiner Meinung nach. Ich wechsle meinen Kreis immer zwischen Cody's und Bar. Ja, stimmt. Der macht gerne Sachen zu. Und er kann ja Flaschen zumachen. Nee, der trinkt gerne Alkohol. Da kann er sich wieder depressiv... Sau. So, allerdings zieht der Finn immer schwarze Sachen an. Ich doppelte Witz im Emo. Und das ist nicht in Ordnung, dass hier überall... Bald ist der voll Edgy. Ja, kannst du mal eine Rede hier halten über Giffi. Hallo? Giffi trägt privat auch Ringe. Okay. Ich möchte kurz anmerken, dass Giffi und ich, wir sind so. Ja. Genau. Hast du dein Geräusch gerade mit den Arschbanken gemacht? Weil deine Hände hast du nicht bewegt. Das war das für meinen Eiern. Auch Freunde. Wir haben echt keinen Zoll, ne, ne? Wir haben keine Kontakte. Boah, wir dürfen das Cody's nicht versammeln. Hier ist echt so schön ruhig. Oh Gott. Ja, er macht das Ding zu. Ui. Entweder hat er jetzt geschossen und er wurde vom Blitz getroffen. Ich glaube, der schießt die Fische auf. Aber der war gar nicht kankend. Der tötet die Fische im Aquarium. Brauchen wir jetzt die Fische allerdings noch? Nehmen wir mal eine Fische. Was brauchen wir? Brauchen wir die Shisha-Bites noch? Ja. Ist das schon an, wird es sein? Scheiße. Ja, aber wir können das doch immer noch abändern, dass die hier Garagen aufmachen bei uns. Das musst du Schwabe fragen. Boblenski? Müssen wir nochmal drüber nachdenken, ne? Wenn wir hier schon die ganze Zeit abhängen, werden wir nicht drüben abhängen. Ja, nicht, dass das dann zu viel wird. Eben. Weil wir haben eh keine Freunde. Das ist das Problem. Noch sind die Arbeiter nicht da. Ja, Schwabe ist da. Hör dich, sprich an. Was denn? Wo ist denn Juni? Hä? Der sitzt doch da. Johnny? Was? Sollen wir die Shisha-Babobne machen? Musst du Schwabe fragen, er hat das Geld bezahlt. Ja, aber wir haben dann zwei Läden und da drüben ist nix los dann, ne? Wenn wir hier abhängen. Wo ist nix los? Wo ist nix los? Aber wenn es in der Shisha-Babobne ist, ne? Also die Shisha-Babobne ist aber was Gutes. Guck mal, das Ding hier, ne? Das ist für niemand anderen eigentlich außer für uns und für Leute, die wir hier holen. Das stimmt doch. Das hat hier nix mit irgendeinem Business zu tun eigentlich. Das war eigentlich nur für uns gedacht. So, wenn wir jetzt die Box-Liga hier machen, ist was anderes. Also hängen wir dann in eine Shisha-Babobne ab. Boah, Box-Liga, das würde ich halt anders spielen. Und wenn die Shisha-Bar zu ist, dann chillen wir wieder hier. Das Ding ist ja, er macht das halt jetzt, ne? Also ich hab heute mit ihm geredet, ne? Ja, okay. Naja, ich find das trotzdem. Weil wäre halt doof, wenn ich jetzt sagen würde, so auf den... Ja, ja. Und wenn es mich da was Stress gibt, dann sagen wir einfach, komm in den Box-Lagie rüber. Selbst wenn du da keinen Bock mehr drauf hast, dann machen wir das fertig und wir vermieten die einfach. Das stimmt, wenn die Motorradwerkstatt auf ist, vielleicht haben die auch keine Bock drauf. Oder Shisha-Bar. Oder weil da abhängt. So, Manni, Alter, willst du doch mal eine Traumelwinze? Na klar, Alter. Wir sind ja hier nicht nur drin, nur weil wir hier boxen wollen, sondern auch weil für uns eigentlich ist es so. Willst du die Box-Liga legal machen oder? Na klar. Wenn ihr die legal machen wollt? Dann musst du ein Gewerbe anmelden. Wir haben ein Gewerbe. Das ist doch das Gewerbe. Ja, dann musst du aber aufpassen, ne, Curtis? Warum? Das ist ein Theater. Hier gibt's Theater. Ja. Aber das Gewerbe läuft auf dich, ne? Ja. Ja, deine Weste muss rein sein, ne? Meine Weste ist rein. Naja, das spielt, glaub ich, keine Rolle. Muss ich mal Cody fahren. Naja, also Bennys darf ja auch noch aufmachen. Ja. Da stimmen Bennys auch in der Hand von denen. Was du mir auch gesagt hast, das sind so zwei verschiedene Paar Schuhe, so. Nur weil die kriminell sind, heißt das nicht, dass Bennys da irgendwie drunter leiten muss. Was ich zwar dumm finde. Und ich glaub nicht mal, dass irgendwelche Cannabuspflanzen illegal sind. Weil beim Kitzhotel stehen auch zwei. Ejo. Und die sind nicht aus Plastik. Öffentlich am Pool. Ey, ey, ey. Aber die Palmen, die sind aus Plastik. Das ist nicht das Kitzhotel. Ja, das ist das Brown. Aber das ist ein Unterschied, ob da jetzt zum Beispiel ein oder zwei Pflanzen so öffentlich stehen, ne? Oder ob da ein richtiger Grover ist. Weißt du, was ich meine? Das ist auch nochmal ein Unterschied. Also bei uns passen neun Stück rein. Ein Quadratmeter so pro Pflanze. Das, dass du da richtig aufziehen kannst, ne? Dass die richtig gut wachsen. Ja, dann würde ich nur so vier machen mit viel Platz. Die mehr Platz, die haben um so dicke Bär nicht. Dann wisst ihr denn, warum die Bats dick werden? Maximal sechs. Ach, Dunjo. Ich weiß das. Dunjo, weißt du das? Wo ist der Boot? Der ist nicht da. Nein, ich weiß das nicht. Wo ist denn der John? Der kann wahrscheinlich auch unterwegs sein. Andere Frage, wo ist die Chess? Da, wo John ist. Er meint vorhin, er guckt sich einen Comicladen an. Ja, ja, der will jetzt einen Comicladen aufmachen. Dieser Comicladen, puh, also verstehe ich nicht, sage ich ehrlich. Weil nur ein Hass jetzt zeichnen kann. Ja, aber keiner liest. Ich kann zeichnen. Einen Comic muss man noch nicht lesen, du. Das sind nur Bilder mit Kapau und so. Aber das ist trotzdem Sprechblase. Da machst du einfach nichts rein. Vielleicht liest der PD16 vorabends im Kinderbett. Uh. Die ist so toll dafür. Oder Oma Leo. Oder Tante Ulta von Oma Wille Wonka. Oh, da bin ich raus. Auch. Da klemmt bei mir die Tür, die kommt nicht rein. Und keiner kommt raus. Und können wir uns darauf einigen, dass wir nur die linke Tür mal aufmachen und so? Nee, die rechte. Rechts rum. War das von draußen links oder von drinnen links? Das ist schon wieder schwierig. Außen oder drinnen? Aber jetzt immer jeder, der bei uns am Park vorbeifährt, der wird immer denken, wir sind weg. Tschüss, Alni. Das ist eigentlich völlig gut. Deshalb sollten wir auch nur drin chillen, wenn ihm was abgeht. Ja, oder wenn er recht ist. Ja. Ja, oder so. Oder wenn wir uns boxen wollen. Also immer. Wir boxen jetzt nicht. Ja, wer will sich boxen? Nein, der Medizinmann, der muss hier hundertmal am Tag vorbei. Wer will sich boxen? Giffi? Der kriegt ordentliche Dinge. Nee, TK hat gesagt, der will boxen. Hä? Giffi? Der TK, der mischt sich immer in den Kasten. Boah, TK, hast du gerade was gegen Betis Mutter gesagt? Boah. Boah, Alter. Sag weiter, TK. Ich hab da auch was mit Oberlippenbart gehört. Oh, Alter. Bitte. Der TK pontet dich. Oh, oh, oh. Das sind die Klatscher der Vergeltung. Die Klatscher der Vergeltung. Ich gepell' noch rein. Du hast Nacht. Trink ich meinen Helm wieder? Na klar. Weil's Knattererei ist. Nachher, boah. Challenge gepell'n. Du hast gehauen. Guck, bleib doch hier. Du hast... V-Akbi-Tupo. Nein, nix mit bei meinem Punkt ist doch Ende. Oder kann man das nicht beenden? Zwölf Minuten streamen schon wieder aus. Nee, 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 nee. Etwas, das denn? Ach, die Kollision ist noch hier. Gut. Kann man das jetzt nicht nochmal auslösen, die Wette? Doch, süß, die geht doch. Doch, doch, kann man. Dann geht's. Die Wette ist schon wieder. Ich bin nicht mehr gut. 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 Hol' na, hol' na, schick'n den da. Ja, war sehr interessant heute. Also die Halle und so gefällt mir übel gut, ich bin gespannt, was da passieren wird. Das ist heute Montag schon, ne? Ach, das ist Dienstag schon, Alter. Äh, Dienstag, Mittwoch ist immer frei, übrigens für die, die jetzt noch da sind. Komischerweise sind nach dem Krisch immer voll viele weg, weil die wahrscheinlich einfach denken, jo, der macht einfach den Stream out. Dienstag, Mittwoch ist immer frei. Wir sehen uns spätestens Donnerstag wieder. Ich glaub, Donnerstag nochmal Köln ist und dann haben wir wieder Big Peanut, ne? Ich will das noch mitbekommen im RPO, ob das noch geregelt wird mit der Growth und so. Magnetschädel, danke schön für den Prime, 8, den Ostblock, danke für den Wieser, 8, auf Zeitrennen, ist so, ist so. Hier pennen sowieso schon wieder alle. Ich bedanke mich recht herzlich für heute. Wunderschöne gute Nacht. Lass mich nicht anquatschen. Ist es Dexas oder so? Nein, ich guck mal eben. Nee, die Thai hat letztes Mal reingehostet, ne? Wir hosten mal zurück. Da geht's doch schon wieder, glaub ich, die Post ab. Der Regengott, Alter. Ja, ich hoffe, euch gefallen. War ein bisschen... War gut. War okay. Mach schon mal die Raid-Pommes für den Thai. Verteil ein paar Tinkepäckchen. Und gute Nacht. Ja, ja, wir sind's, Lieber. Ich bin der Sandmann, Junge. Äh, dat, dat, dat. Tschüss und wunderschöne gute Nacht. Bis Donnerstag. Genießt die freien Tage fertig. Ihr auch und benimmt euch. Seid lieb. Tschüss. Tschüss. Bye, bye. Tschüss. 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 Vielen Dank.